Silvia, guck mal, da sind wieder Gesichter. Außerdem meine Tochter ins Gesicht. Das ist jetzt die Strecke, die aber vorfugnisiert werden. Andere Seifen sollen ein weiter zu nötigen Längerung sein. Das ist jetzt die Strecke. Tina für die Akustik super. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt auch eine Klasse geschlagen. Ja, das ist jetzt auch schnell im Klas. Das ist jetzt noch eine Klasse geschlagen. Ja, das ist jetzt auch eine Klasse geschlagen. Vielen Dank.